Äh, Paul, was machen wir hier vom Berliner Ensemble? Ich bin gerne verantwortlich für Korrespondenz, Terminkoordination etc. Die klassischen Sekretariatsaufgaben. Ich bin in der Lage, schon bald mit Überblick selbstständig die Dinge voranzutreiben. Ich möchte mit den besten Intendanten der Welt zusammenarbeiten. Herr Pallmann! Ich, äh, ich bewerbe mich um den Job der Chefsekretärin bei Klaus Pallmann. Komm mit! Ach, Paul! Wir gehen rein. Hallo. Ich komme jetzt noch einmal zusammen. Da würde ich mal rausgehen, links um die Ecke in der Direktion. Wir sind ganz nah dran. Paul, klingt doch nicht. Klaus? Klaus? Da ist die Kamera. Da oben ist er. Ich gehe da jetzt irgendwie rein. Herr Pallmann! Wissen Sie wirklich, wie ich zu Herrn Pallmann komme? Sind Sie angemeldet? Gelegt mal an? Nee. Dann versuchen Sie mal Ihr Glück. Dann müssen wir hier rein. Sind Sie bei den Partnerin gemeldet? Ja. Ganz oben. Ich rufe jetzt in die dritte Etage. Da steht auf der linken Seite Dramaturgie. Ja. Und dort gerade zugehen. Das ist praktisch wieder in diese Richtung. Danke. Ich gehe zu Klaus Pallmann. Ich werde mich bewerben für eine Sekretärin. Herr Pallmann! Wir sind ganz nah dran. Ich bewerbe mich als Sekretärin bei Klaus Pallmann. Jetzt auf jetzt weiter. Ja, aber wir wollen einfach mal schauen, Paul. Herr Pallmann! Herr Pallmann! Klaus! Da ist er! Ja. Hallo. Hi. Wir möchten zu Herrn Pallmann. Wir wissen, wie man da hinkommt. Äh, der ist im dritten Stock. Stock, ja. Ich möchte mich bewerben als Sekretärin. Krass. Hier? Jetzt lebt es mein Radhaus. Genau. Sind wir noch drauf? Darf man da rein? Da schon. Ja. Nicht, dass ich das auch... Geht schon was? Ja, läuft. So, ich bewerbe mich bei Herrn Pallmann. Puh, ich bin sehr aufgeregt. Direkt zu mir. Paul, ich glaube, der ist nicht da. Hallo. Wir sind ganz nah dran. Herr Pallmann, wir sind ganz nah dran. Herr Pallmann, wir sind fast da. Scheuer hat er. Es soll kommen. Der Batterie ist fast leer. Herr Pallmann. Nein. Nein, ich nicht. Wir sind hier. Nein. Wir möchten keinen zu Herrn Pallmann. Was wollt ihr denn? Herr Pallmann, ich möchte mich gerne bewerben als Sekretärin. Als Sekretärin, ja? Ja. Als Sekretär, meinen Sie? Als Sekretärin. Als Sekretär? Ja. Ich sehe da. Der Weihnachtsfeier mitzuregen. 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 Dann geht mir lieber. Vielleicht, dass Sie mal das kurz schreiben und deponieren. Das mache ich. Danke. Danke schön. Danke. Das ist so gut wie Geriz. Wir haben die da. Ich werde Chefsekretärin bei.